Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schön für Sie, dass ich da bin. Darf ich kurz eine Frage stellen? Gibt es heute irgendjemand hier in diesem Raum, der von sich behauptet, intelligent zu sein? Ist da irgendjemand da? Nein, ist nicht so wichtig, nur dass ich ungefähr weiß, wie ich es vom Niveau her anlegen soll. Dürfte eh ganz gut passen, was ich vorbereitet habe. Aber ich bin natürlich auch extrem begeistert, das ist ja unglaublich, wenn so viele gute Musiker da sind, man ist immer wieder selbst erstaunt, wie toll die sind, weil man ja selber weiß, wie schwierig das ist. Ich habe auch gesehen, wir haben ja nur das modernste Equipment heute hier da, das ist ja für mich ganz faszinierend, welche modernen Keyboards jetzt da so Musiker haben. Ich kann euch das kurz zeigen, das ist zum Beispiel ein ganz modernes Instrument. Das ist zum Beispiel ein D, Sacher D, das ist noch ein D, das ist 3D. Aber das ist nicht noch alles, das ist H, HD, Full HD. Also ihr merkt schon, es ist unglaublich. Haha. Ja, ich möchte jetzt, ich habe ja auch einmal schon ein Lied geschrieben, das möchte ich jetzt, weil ich heute so viel Musik ist, möchte ich das auch schreiben, damit ihr ein bisschen den Kontrast seht, was sozusagen auch nicht möglich ist. Ihr werdet das Lied nicht kennen, den Text vor allem nicht, ich kenne ihn selber meistens nicht. Ich fahre meistens zum Billa, Billa, oder zum Spar, zum Spar, Billa oder Spar. Vielen Dank. Ja, auch so kann Musik sein. Aber natürlich nach der Vorstellung, es kommen ja viele Leute immer noch zu mir und sagen, Jürgen, diese Lieder, wie machst du das? Ja. Und ich sage dann immer, es ist oft ein minutenlanger Prozess. Aber es ist ja interessant, es kommt ja alles aus dem Gehirn und man fragt sich oft, wo kommen diese Ideen, diese Melodien, wo kommt das alles her? Und wenn man sich so ein Gehirn einmal näher anschaut, das ist ja auch hochkomplex. Es gibt so einem Gehirn Verbindungen von Nervenzellen, die Wissenschaft nennt sie Synapsen. Man muss sich vorstellen, es gibt in jedem Gehirn mehr Synapsen als Sterne im gesamten Universum. So komplex ist das Gehirn, das stimmt wirklich. Man stellt sich die Frage, wenn das Ding so komplex ist, wie gibt es das dann, dass so ein Hirn da sitzt und zwei Stunden Rosemunde Bildscher schaut? Für was der ganze Aufwand? Und es ist auch so, dass die Gehirne von Männern und Frauen unterschiedlich aufgebaut sind. Und zwar ist es so, dass das Gehirn der Männer zwar größer ist, dafür sehen es der Frauen viel vernetzter. Da gibt es viel mehr Verbindungen zwischen den beiden Gehirnhälften. Also man kann sich das am besten vorstellen, wie es in so einem Gehirn aussieht im Vergleich mit Landschaften und Straßen. Also bei uns Männern ist das irgendeine öde Gegend, was weiß ich. Houston, Texas, Arizona, Burgenland. Ja, da ist nichts, ja. Absolut nichts, ja. Irgendwo geht ein Vierspurgeheiber, ja. Der geht zweitausend Meilen in eine Richtung. Da kannst du nicht abbiegen, auch wenn du weißt, dass du falsch bist, ja. So ist das Denken der Männer. Bei den Frauen ist es mehr so ein innerstädtisches Gebiet. Da gibt es viele Möglichkeiten, um von A nach B zu kommen. Deshalb oft auch die Lösungsfindung etwas kompliziert aufgrund dieser vielen Möglichkeiten, ja. Bei den Männern ist es auch so, diese ganzen Highways, die treffen sich dann alle auf einem riesigen Highway-Knotenpunkt. Und dieser Highway-Knotenpunkt, der sitzt bei den Männern genau im Sexualzentrum, ja. Da muss jede Information vor einer Entscheidung drüber, ja. Ist so, haben wir uns nicht ausgesucht, ja. Bei den Frauen schaut es ein bisschen anders aus im Sexualzentrum. Da gibt es Umfahrungsstraßen, Tempo 30 Zonen. Bei manchen Frauen auch gebührenflittige Kurzparkzonen, ja. Aber sonst, Männer, Frauen, Unterschiede, wunderbar. Ich zum Beispiel, ich habe ja diese Freude an blühenden Pflanzen. Die fällt mir irgendwo, ich weiß nicht warum. Meine Frau hat sie extrem, also meine Frau, die kommt oft zu mir und sagt, Jürgen, schau, die Orchidee bekommt die achte Blüte. Und ich gebe dann eine Antwort, wo ich mir denke, ich stelle sie mit dieser Antwort zufrieden, ja. Ich sage, wow, Schatz, Wahnsinn. Achte Blüte, du bist so toll, du hast so eine unglaubliche Aura, Wahnsinn, ja. Aber diese Antwort ist antrainiert, ja. Na, in Wahrheit müsste ich sagen, du Schatz, mir waren die ersten sieben Blüten schon völlig egal. Was glaubst du mir jetzt die Achte ist, ja. Aber natürlich, so eine Beziehung, die nagt natürlich, ne. Der Partner lässt das Handtuch am Boden liegen. Man muss wieder aufhängen, man hat schon solche Kabeln. Man ist richtig voller Hass, der staut sich auf. Man spricht schon gar nicht mehr darüber. Dieser Hass, der aufgestattet, der kommt dann oft auf ganz subtile Art und Weise ans Tageslicht, ja. Ich habe letztens Geburtstag gehabt. Meine Frau hat gesagt, sie hat mir etwas gebacken. Ich habe gesagt, jö, was hast du mir gemacht, einen Schokoladenkuchen? Ich habe gesagt, nein, Fenchelstrudel. Ich habe gesagt, wie schaut es aus, willst du darüber reden, ja. Und das muss nicht sein. Diesen ganzen aufgestauten Hass, den kann man ja loswerden. Mit der von mir entwickelten Staubsaugübung. Und zwar ist es so, dass der Hausstaub erwiesenermaßen zu 70 Prozent aus Überresten der dort lebenden Menschen besteht, also Haare, Hautschuppen, etc. Das bedeutet, dass wenn man zu zweit in einer Wohnung wohnt, diese ganzen Staubfutzeln zu 35 Prozent der zerstückelten Partner in der Wohnung sind, ja. Und mit dieser Einstellung kann man jetzt Staubsaugen gehen. Man saugt den quasi auf und nachher kann man es wieder extrem befreit dem Partner zuwenden. Im Schlafzimmer Im Schlafzimmer Im Schlafzimmer Da schläft's immer Meine Frau Meine Frau Im Badezimmer Im Badezimmer Im Badezimmer Der Badezimmer Meine Frau Im Fuhrzimmer In Badezimmer Ha, 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 ha… Ih, ha, im Fuhrzimmer Ihm Fuhrzimmer Ha, 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 ha… Im Fuhrzimmer Ha, 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 ha… اCHсем muss ich an dieser Stelle abbrechen. Es ist mehr als ethischen Gründen, ja, obwohl eines kann ich an dieser Stelle schon sagen, also meine Frau und ich, wir haben ziemlich ausgelassenen Sex, also wir haben Sex gestern ausgelassen, vorgestern ausgelassen, also eigentlich haben wir die ganze Woche ausgelassen, ja. Ja, aber es ist so, ich bin ja oft sehr sensibel, also ich bin, ich fühl mich oft von der Dunkelheit geblendet und wenn ich auf mein iPhone so eine größere Datei raufspiel, so mit 100 MB, dann spür ich, wie das iPhone schwerer worden ist, ja. Und dann gehe ich oft so nichtsdenken, ich gehe einfach auf der Straße oder fahre mit der Rolltreppe, fahre mal hinter mir so eine Rolltreppen-Nazi, rechts stehen, ja, weißt du. Ja, ich habe, ich habe zum Beispiel auch bei mir im Auto, viele haben ja Heiligenbilder im Auto, ja. Ich nicht, ich habe ein Bild vom Albert Einstein. Das soll mich immer an die Relativitätstheorie erinnern, weil die Relativitätstheorie, die sagt ja, denken Sie immer daran, dass Sie bei höherer Geschwindigkeit langsamer altern. Und das stimmt wirklich, du fährst auf der Bundesstraße, hast irgend so ein ganz langsames Auto für die, das hat 50 auf der Bundesstraße und wenn du dann dieses Auto überholst und den Fahrer anschaust, dann schauen die meistens ziemlich alt aus, ja. Ja, aber natürlich, danke. Aber wir leben natürlich in einer Welt, das ist, muss man sagen, es ist natürlich immer, wird alles verweichlichter Wahnsinn, man traut ja den Jugendlichen nichts mehr zu. Das hat schon bei meiner Mutter angefangen, ich kann mich erinnern, wie ich 18 Jahre alt war, hat meine Mama noch zu mir gesagt, du Jürgen, geh nicht zu lang fort und rauf nicht zu viel mit den anderen Burschen. Und dann sagst du, Mama, Alexander der Große, ja, der hat mit 17 Jahren eine Herrscher von Kriegen in eine Schlacht geführt, ja. Den seine Mama hat ja auch nicht gesagt, Alexander, bleib nicht zu lang fort und rauf nicht zu viel mit den anderen Burschen, ja. Und du siehst, wir werden immer, auch natürlich, wir leben in so einer unglaublichen Welt des Konsums, wir sind dieser ja hoffnungslos ausgeliefert, ja. Wenn du irgendwo so in einen Supermarkt halt reingehst, du weißt ja gar nicht mehr, was du einkaufen sollst. Letztens, geh in den Supermarkt, auf einmal baut sich vor mir eine Zeralienabteilung auf, ja. Wow, und da steht Müsli jetzt glutenfrei, ja. Ich hab gesagt, Müsli glutenfrei, hab gleich fünf Backen dann gekauft. Sonst bin ich gesagt, verdammt, ich weiß eigentlich gar nicht, was glutenfrei bedeutet, ja. Die hätten Astrich ninfrei draufschreiben können, ja. So wären wir, wir wären total verblendet, weißt du. Wir wären, wir kaufen irgendwas, Katzen, zum Beispiel, meine Damen und Herren, Katzen, Katzen würden nicht Whiskas kaufen. Katzen würden Mäuse kaufen, ja. Das war's doch, jeder bitte, ja. Am besten vor kurzem gestorbene Mäuse, ja. Aber das will der moderne Konsument nicht, nein. Wie soll man das auch machen? Irgend so ein Stand vom Whiskas mit lebenden Mäusen, ne. Daneben so ein Vorschlag haben wir ja, schlagen Sie die Maus tot für Ihre Hauskatze. Das will der moderne Konsument nicht, nein. Da kauft der moderne Konsument für die naturnahe Hauskatze, kauft er lieber Katzenfutter mit Rind. Ja klar, das kommt ja in der Natur auch total oft vor, dass der Hauskatze a Rindreif. Gut, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Vielen Dank.